Der Typ hat dieses verlassene Schiff wieder flott gemacht und verschwendet es jetzt mit Raubzügen? Manchmal willst du die Scheiße einfach nur brennen sehen. Cat Steuerungsinterface mit angaranischen Komponenten. Ich irrisziere angaranische Shuttle-Protokolle. Yajan tot. Vergeltung, weil er mich aus seiner kleinen Händlergruppe geworfen hat. Hätte gern sein Gesicht gesehen. Habe für Kapitulation kurz pausiert und ihn dann gerammt. Hecksteuerung verloren. Der Warnak tot. Seine dämliche Gruppe hielt sich immer für was Besseres. Konnte sich nie meinen Namen erinnern. Jetzt ist es zu spät. Waffeneinsatz hat Kern belastet. Fragezeichen tot. Wer war das? Egal. Hab gedroht, seine Crew zu erschießen, wenn er den ungeschirmten Kern nicht repariert. Hab trotzdem geschossen. Talons meckern, dass sie Arbeiter brauchen. Okay, dann wird jetzt eben gesammelt. Daze und Crew, Aliens sehr geschickt. Vielleicht Lösegeld. Brauche Gravitationssteuerung. Varant und Crew, schon von ihr gehört. Lösegeld. Vorher Reparaturen. Bergungsoperationen brauche Pranzerung. Händel abgebrochen, Triebwerk repariert. Händel abgebrochen, Triebwerk repariert. Und das Schiff muss funktionieren. Okay. Sieht gut aus. Abriegelung wird gleich aufgehoben. Und wir wissen ja ein wenig über diesen Kellett. Der Typ ist extrem reizbar. Und dieses Schiff hat ihn definitiv gefährlich gemacht. Allerdings. Ich kenne die Sorte. Kleiner Mann, große Knarre. Ich habe Zugriff auf das bestehende Sicherheitssystem. Türsteuerung und Kameras. Westy? Schon dabei. Behalten Sie die Monitore im Auge. Da ist Varant. Und was soll das? Sie haben auch Menschen eingesperrt. Ihre Zeiteinschätzung war falsch, Liam. Kellett wollte die Initiative nicht bald angreifen? Er hat es bereits getan. Pathfinder, wir müssen das beenden. Ich arbeite daran. Zu den Gefangenen durchkämpfen. Okay. Machen wir. Gravitationsschwankt. Okay. Jetzt stehen wir offensichtlich auf dem Kopf. Oha, Vorsicht. Was soll das heißen? Ihr könnt sie nicht sehen. An alle. Bereit machen. Zu den Gefangenen dürfen einen Ausweg aus dem implantierten Frachtraum finden. Pathfinder. Die Tür da oben. Sie war vorhin blockiert. Wie sieht's aus, Bradley? Negativ. Sie müssen scannen und eine manuelle Lösung finden. Okay. Da ist der hoch. Uah. Wenn wir das hier verschieben, können wir die Tür vielleicht erreichen. Suchen wir die Steuerung. Ist wahrscheinlich hier oben irgendwo. Dorthin müssen wir. Kran bewegen, Tür aufbrechen. Perfekt. Wie kommen wir denn da oben? Alles okay, Augie? Wir machen eine kurze Pause. Wir hacken gerade mehrere Systeme, während wir auf einem Schiff parken, das durch ein Trümmerfeld rast. Ne, wir müssen da rein. Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Hier hoch? Ah ja, ich glaube, hier kommen wir rein. Genau. Überwache noch immer Ihre Kamera. Kallet hat Leute im Gang hinter dieser Tür. Und die Gefangenen? Hinter ihnen. Nein, nein. Mittendurch. Tür und Kran. Es geht los. So, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht verpassen, die Gefangenen zu retten. Aber ich denke mal, das machen wir dann automatisch, oder? Oh, da kommen Gegner. So, ich muss irgendwie ein bisschen zumindest in Deckung gehen. Langsam wird's brenzlig! Kallet kriegt langsam Schiss. Weiter so! Aha, da oben ist noch so ein Saboteur. Kommen wir den da irgendwie raus. Nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen weiter rein. Ei, 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 ist das ein Gefummel hier, bis man hier richtig, den richtigen Weg immer hat. So, wir sind da. Ist okay. Eben. Sie wissen schon, dass wir bisher viel... Sie haben sich im nächsten Raum verschanzt, Pathfinder. Ein Scharfschütze, vielleicht zwei. Und Käfige, glaube ich. Danke für die Warnung! Okay, dann los, komm. Uah. Ich weiß, ich seh grad gar nichts mehr. Ja, ich seh gar nichts im Moment, weil ich irgendwie immer die falsche Taste drücke. Für meine Schockwelle. Ich seh gar niemanden. Da unten ist der Saboteur. Da ist noch einer. Noch mehr Tierchen! Bewegung! Krieg ich da die Singularität hin? Au! Uah! Okay, der Scharfschütze ist da hinten. So, den hätten wir. Bestens einer muss noch irgendwo sein. Ja, ich seh ihn. Ich muss aber näher ran. Oh, scheiße. Genau das wollte ich nicht, dass das passiert. Ich wollte hinter diesem Ding hier in Deckung gehen. Weiß ich. Hälp mir! So, den hätten wir. Hier ist noch eine Küste. Oha. Oha. Da sind sie! Schott schließen! Das ist unsere Chance! Auf sie! Sie das! Unsere Gefangenen geben richtig Gas! Oha, shit! Wir müssen da rein und ihnen helfen! Das ist aber nicht schön hier. Oha! Vor allen Dingen, weil ich hier gar nicht gut in Deckung gehen kann. Überhaupt nicht gut. Keine Schilde. Ja. Und der ist da oben. Wunderbar. Funktioniert super. Funktioniert richtig super. Das ist hier weg. Das ist hier eindeutig weg. Okay. Okay. Hier bin ich ein bisschen weiter weg. Oh shit. Die kommen richtig nah. Oh! Der ist schon kaputt. Okay, gut. Die zwei hätten wir. Ich habe einen Unterface. Ach ne. Wir kommen rum. Wir kommen rum. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jeder wird dafür bezahlen. Das Schiff tauchte auf und wir haben uns ergeben. Schien uns zu dem Zeitpunkt das Klügste zu sein. Moment. Kellett hat sie gefangen genommen, um dieses Ding zu reparieren? Er rollte Lösegeld für uns, aber dieses Schiff blutet ihn aus. Es ist ein Wrack. Er musste wieder Raubzüge machen, nur um es am Laufen zu halten. Also hat er uns arbeiten lassen. Er hat sein Bastlerauto gefunden und die Wartung nicht berücksichtigt. Offensichtlich. Wir hatten Hilfe, um bis hierher zu kommen und wir brauchen weiterhin welche. Können Sie diese Tür öffnen? Ich glaube, Days hat an diesen Systemen gearbeitet, bevor das alles passiert ist. Moment! Ich habe den Override, aber wir brauchen Energie. Das Problem ist auf der anderen Seite. Haben Sie gehört? Können Sie die Energie auf Ihrer Seite einschalten? Sind dabei. Wir holen Sie raus. Orgi, haben Sie das alles mitgekriegt? Coriada, können Sie ihn einen Weg freimachen? Mit Vergnügen! Okay. Das heißt, das ist unser nächster Weg. Der andere, ähm... Titan oder was das war, hat nichts hinterlassen für uns. Komm, du sollst dich da oben nochmal festhalten. Was ist denn da immer das Problem? Das verstehe ich nicht. Jetzt. Es gibt ein Problem. Days sagt, der Override öffnet nur das Schloss. Und das heißt? Bei normaler Gewichtsverteilung öffnet sich dann die Tür. Aber sie steht auf dem Kopf. Sie wird also von der Gravitation festgehalten. Haben Sie gehört, Orgi? Gravitation! Verstanden. Coriada, wir haben die Kurzschlüsse beseitigt. Könnten Sie vielleicht... Das Ding drehen? Okay, Pathfinder. Sie haben den Schalter. Energie, Override und festhalten. Äh. Irgendwie soll ich jetzt da hochkommen? Hier rum, oder was? Ist aber schön, dass du so rück bist. Schade. Okay. Der scheint ja noch ganz cool zu sein, Liam. Der sieht da offensichtlich nicht so die Probleme drin. Okay, das heißt, die Konsole müssen wir benutzen, um die Gravitation wieder einzuschalten. Dann mal los. Wir haben den Boden. Gut, dann nichts zu hin. Okay, die letzten paar Meter, bevor wir Kallet ein Ende machen. Nach all dem habe ich nur eins zu sagen. Ich bin stolz auf all unsere Leute, Pathfinder. Gehen wir es an. Machen wir. Sieht immer... Das ist verrückt, wie sehr sich... Wie sehr anders das aussieht. Jetzt nur, wo wir die Gravitation wieder hergestellt haben. Gut, nehmen Sie sie mit. Ich werde sie finden und ihr Zuhause niederbrennen. Mein Tail und Wing wird Ihnen keinen Schlaf mehr gönnen. Bup. Eingebaute Kühlsysteme? Override. Ich könnte mich vielleicht doch für diesen Planer wärmen, Liam. Ich auch. Ich dachte jetzt, es ist so blöd mit dieser Unterbrecherei. Ich dachte eigentlich, dass wir schon fertig besprochen haben. Override. Neos ein. Was soll das heißen? Es reagiert. Giert nicht. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Ein Terminal. Wir sind in dem neuen Cluster erwacht. Die Sterne werden von der Geißel verdeckt. Es gibt Leben, aber auch Maschinen. Der Archion sagt, es gibt hier Werte, die wir nur nicht sehen. Der Archion weiß, was das Beste ist. Wir werden ausschönen und wachsen, wie wir es immer getan haben. Dieses treue Schiff ist nicht länger reisefähig. Die lange Dunkelheit zwischen den Clustern und der plötzlichen Kollision würde eine Reparatur zu kostspielig machen. Die Cat wissen, wie man nach vorne marschiert. Die Stilllegung wird eingeleitet. Immer nach vorne. Sind die Reparaturen schon abgeschlossen? Das ist ein kompliziertes Schiff. Ich habe so etwas noch nie. Aua. Weitermachen, bis es läuft. Khaled will nicht, dass es etwas glänzt. Es muss nur ballern können. Was ist das für ein Kauderwelsch? Nicht anfassen. Sie löschen sonst Datenverlust. Okay. Dann war das hier also alles in dem Maschinenraum. Ja, das auch. Das ist denen egal. Sie schlagen Leute, damit sie es in Betrieb halten und verschleppen dann weitere Leute damit. Wir müssen noch ein paar Schurken erschießen. Das darf doch nicht passieren. Leite jetzt die Energie zum Öffnen der Türen vor Ihnen um. Hoffentlich haben Sie keine Zweifel. Wir sind alle dabei. Genau wie die Initiative. Ich habe ein großes Schiff und werde trotzdem nicht respektiert. Also gut. Es muss nicht so enden. Niemand nimmt mir je wieder etwas weg, Pathfinder. Ich werde sie eigenhändig töten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, er muss etwas kompensieren. Und einen Schild, der seine Energie direkt aus dem Antriebskern bezieht. Halten Sie durch. Wir versuchen, ihn zu hacken. Okay, das heißt, wir können ihn vorerst mal nicht angreifen. Gehen Sie zu der verkehrten Konsole. Wir hätten seinen Schild Port für Port. Sie schaffen das, Pathfinder. Komm nur her, du Vieh. Er ist durch ein Schild geschützt. Nehmen Sie sich die Konsole vor. Ja, ich muss mich ja erst mal um diesen Eirot hier kümmern. Ich habe einen Koloss gefunden, wie ich dieses Schild gefunden habe. So wie ich auch Sie kriegen werde. Nein, das war mein Koloss. Das alles gehört mir. Aha, hier unten ist die Konsole. Halten Sie sich etwa für hart? Hier herrsche ich. Sie werden seine Schilde hacken. Aber dafür müssen wir an die Konsole. Ich bin doch schon dran. Schick Verstärkung. Sofort. Das ist zu fassen. Bleiben Sie in der Nähe der Konsole. Halten Sie sich etwa für hart? Ach so. Ich muss hier drin bleiben. Okay, alles klar. So, das heißt, wir machen da oben mal eine Singularität hin. Haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Ich habe jetzt, glaube ich, gelernt. Deswegen, ich dauernd keine Schilde habe. Ich kann jetzt sozusagen die Lanze so oft, wie ich möchte, benutzen. Allerdings verbrauchen sich dadurch die Schilde. Und quasi, wenn ich keine Schilde mehr habe, kann ich auch die Lanze nicht mehr benutzen. Das ist ganz praktisch. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Okay, dann müssen wir noch auf die andere Seite. Wo ist die, wo ist die, die ist da irgendwie drin? Nein, setzt alles ein! Okay, da reicht. Halt die Lager her! Werft ihnen alles entgegen! So, ich hoffe, die kommen... Oh, da ist er schon. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, sie kommen nicht von links, aber offensichtlich stoppen. Ich sperre sie in einen Käfig und mache ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts! Er hat offensichtlich echt ein kleines Problem mit irgendetwas. Was trifft mich denn hier jetzt noch? Ah, vielleicht mal da... Okay, sie kommt doch von der anderen Seite. Ich sperre sie in einen Käfig und mache ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts! Er lebt ja immer noch da hinten. Das gibt's doch nicht. Schätze. Achso, nee, ich muss ja hierbleiben. Aber wir haben's gleich. Okay. Das war sein Schild. Kalen's Schild ist unten. Schnappen Sie in sich, Pathfinder. Alle sofort zum Maschinenraum. Jeder Einzelne! Aua! Ist das ernst gemeint jetzt hier? Oh, Mann. Sind aber echt überall hier. Aua. Versuch hier mal von der anderen Seite so ein bisschen zu kommen. Er ist erledigt. Kümmern wir uns um den Rest. Er ist schon tot. Jack hat ihn offensichtlich schon gemördert hier. Okay. Das war's. Das hat er nun davon, diese Anare. Sind bereit zur Evakuierung, Pathfinder. Kommen Sie zur Luftschleuse, wenn Sie so weit sind. Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit. Wir gefallen die Reaktoren nicht. Wie alles andere. Überbeansprucht. Na, ich dachte, es gibt noch eine Explosion. Erzählen Sie mir nicht, dass ein Standard-Shuttle so andocken kann. Ich hab's gesehen. Erzählen Sie es nicht weiter. Da sind Sie ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Orgi. Wir haben alle gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Das Innere des Schiffs ist mittlerweile völlig verstrahlt. Moment. Da will sich noch jemand verabschieden. Danke, Liam. Ich hatte nicht erwartet, was immer das war. Sie haben ihn selbst ordentlich eingeheizt. Mag sein. Aber es ist gut zu wissen, dass einen seine Freunde nicht im Stich lassen. Und deren Freunde. Wir bringen die Leute dahin, wo sie hin müssen. Die meisten wollen nach Prodromos. Berend sagt, wir kriegen vielleicht einige Angara. Das sind gute Nachrichten. Keine Umwege. Wir haben viel durchgemacht, um alle in einem Stück rauszuholen. Wird gemacht, Pathfinder. Liam, beim nächsten Mal spielen wir aber nur Karten. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Das glaube ich erst, wenn es so weit ist. Das lief doch ganz gut. Alles in allem. Eins noch, bevor Sie loslegen. Ich... Ähm... Es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Wir haben zwar gewonnen, aber es war knapp. Kann man wohl sagen. Trotzdem war es das wert. Sie haben bei Rant gezeigt, dass Pathfinder nicht nur ein Wort ist. Ich... ... ... ... ... ... ... Ist das Ihr Ernst? Ja, obwohl ich mir Schöneres vorstellen kann, als im All zu bammeln. Verstehe ich. Denken Sie, das Ding würde den Sprung zur Nexus überstehen? Offensichtlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Rang 6, Fähigkeiten von Liam sind jetzt freigeschaltet. Wunderbar. Genau deswegen dachte ich, da wäre es ganz gut, wenn wir die Mission noch machen. Denn, wie gesagt, ich glaube alle... Also, was heißt, ich glaube alle Rang 6 Missionen sind nur freischaltbar, wenn wir die Loyalitätsmission machen. Jetzt will ich mal schauen. Jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Ne, ich bin richtig. Ob wir eventuell nochmal mit ihm sprechen können. Und sozusagen unsere Romanzenoption hier nochmal vertiefen. Denn ich denke mal, das war ja jetzt doch dann recht förderlich für unsere Beziehung zu Liam. Das ist aber hier. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Cora. Jack. Ähm. Treibt er... Könnte eventuell nochmal im... Da ist er nicht. Ich habe sie bei einem Nickerchen ertappt. Schnarchen alle Angara oder nur sie? Winseln alle Menschen im Schlaf oder nur sie? Hey Pathfinder. Ich analysiere immer noch die Sache mit Varand und Khaled. Die Daten der Nexus werden geändert. Dafür habe ich gesorgt. Cash ist darüber zwar nicht glücklich, aber sie kann sich ja bei mir beschweren. Entscheidend ist doch, dass wir alle noch leben. Ich stehe voll hinter ihnen und werde mich künftig anders verhalten. Lassen wir die Sache auf sich beruhen und sehen wir in die Zukunft. Okay? Von mir aus gerne. Ich habe auch schon Pläne. Ich möchte etwas für uns und die Angara arrangieren, sobald sich die Lage beruhigt hat. Vielleicht rede ich mit Joel über die Rokar. Wenn sie dem Ganzen etwas Nachdruck verleihen, kann ich mich um normale Dinge kümmern. Schaus, Mission, Freund oder Feind voranbringen. Okay. Ja. Ich denke, es muss jetzt dann doch noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder mit dabei. Ich weiß noch nicht ganz, worin ich jetzt als nächstes vielleicht Volt nochmal anpeilen. Wir sehen es. Bis dann. Ciao. Ciao.